ja ein herzliches hallo willkommen zur nächsten folge von elex es geht gleich weiter ja ich wandere hier meine füße tun schon wie ich habe hunger ich habe dorst ich will eine zigarette meine lieben ja ich ahne ungefähr wo ich hin muss also da werde ich jetzt nirgends irgendwo hinkommen so wie ich gerade vorhin also in der letzten folge gegangen bin deshalb marschiere ich jetzt mal woanders hin ja so eher so nehme ich meinen anderen weg sagen wir müssen zum hort ja was es immer ist keine ahnung vielleicht sind deine kleriker zu hause wer da zu hause ist weiß ich marschiere mal zum hort ja ja weil entweder will ich den klerikern beitreten oder den berserkern aber niemals diesen komischen idioten vom vor leute das auf jeden fall nicht nö da halte ich mich komplett fern und ich werde sie mit der zeit irgendwann alle ausrotten dort ja ist so wirklich das geht ja mal überhaupt nicht ein riesen krater schaut einmal wahnsinn so wo bin ich jetzt eigentlich ja bin eigentlich auf dem richtigen weg bin ja mal auf dem richtigen weg so hoffentlich oder ist verstrahlung da ist verstrahlt leute ja weil da ist ein krater der krater ist hoch verstrahlt wie es ausschaut was aber da schwefelader ich kann abbauen leute ich kann schwefel abbauen ich habe schon ein presslufthammer genau das sieht man was der presslufthammer bringt ja den ich mir vor einiger zeit gekauft habe ja so ist das da haben wir der heilkraut oder heilkraut nehmen da ist alles verstrahlt leute da ist ein rattenviech ich will das rattenviech nicht meine sind eh nicht schwer weg hier sind zwei nämlich weg hier so danke ja weiter geht's leute da ist auch so sind auch so viecher regnet es gerade oder ist das der sand das ist der sand leute aha da schaue ich mal runter oh mein gott ich habe gerade eine naja egal rohrzange gebratenes fleisch guter teller elektroschrott nehme ich mir aber mit so da werde ich mal da nach oben gehen das habe ich geplündert da super ich liebe meinen jetpack leute wahnsinn so und da geht es einmal weiter ich hoffe ich hoffe da kommen nicht so extrem viele monster wo bin ich na bitte super dann gehe ich mal da weiter jawohl eine lange reise folgt mir nehmt doch einen kaffee und folgt meiner wenigkeit in die oase in die wüste hier überall wo 588 feinde brut pro 100 meter lauern wahnsinn irgendwo muss ich dahin wahrscheinlich darüber da gehe ich einmal weg da ist ein monster so wo bin ich jetzt gut ich sollte nach ich sollte aber da lang gehen leute aber vielleicht dem ausweichen ich sollte so gehen ich will dieses ich will diesem fisch nicht begegnen leute wah da ist ein saurier so danke nächster was ist das schönes schau doch mal wein öllampe und elixit einmal erhalten naja war kein großer loot oder irgendwas da unten ist auch irgendein monster ja ist wieder so ein komischer das ist so eine komische rate die gehen eigentlich eh also notfalls kann ich die besiegen aber es ist extrem gefährlich boah was ist denn das für ein lager hier speicher mal was ist da oben ah sandiges handbuch radio doran ist das vielleicht in den heilmittel radio dorans oder so ja das war eine bombe das war eine bombe schatulle alte münze zigaretten packung was ist das so glättern nur da ist jetzt nicht wirklich was besonderes oder so aber da drin ist was was ist das alte militär aufzeichnung die übung beginnt jetzt ah das war der 1er jetzt 8 ok tower alpha 1 abbruch abbruch seid ihr alle komplette idioten in einem ernstfall wird der feind mit euch den boden wischen ok naja wenn es so ist dann ist es so so wie schaut es eigentlich aus wo bin ich da ja ich bin auf dem guten richtigen weg leute ob der gut ist weiß ich nicht das wird sich noch herausstellen ob der gut ist oder wichtig oder gut und wichtig keine ahnung das ging sich aus ich bin der der wüstenjumper so was ist das für ein lager besen öllampe wasserflasche die gut erhaltene konservendosen danke können alle mir so weiter geht's ich renne weiter ah da ist ein dino da sind überall die diese komischen dinos leute bin ich richtig ja ich bin richtig leute gibt es da nicht irgendwo teleporter verstehe ich einfach nicht leute da ist ein saurier so zack und schnell rennen da oben ist was ich brauche den teleporter leute ah da ist elektroschrott aber dieses also metallschrott meine ich aber da drüben ist was komisches war ich da nicht auch schon was ist denn da nö da ist ja gar nichts wichtiges weil ich brauche einen teleporter das wäre mir schon richtig wichtig das reimt sich ah Leute auf jeden Fall so meine Lieben da ist so ein komisches Viech den gehe ich wieder mal aus dem Weg so ist da irgendwo ein teleporter das kann ja echt nicht sein dass da nirgends ein teleporter ist Leute aha was ist da unten ich speichere mal schnell und dann werde ich mich da mal runterbegeben das schaut aber nach Eis aus okay aber da ist auch was so da ist sicher irgendwo Viecher Leute keine Ahnung was ist das verstrahlt wahrscheinlich hallo Elexitader hey ich kann es abbauen 20 mal Elexit erhalten Leute ja das geht 20 mal Elexit erhalten ok wo bin ich da jetzt ich bin ja eigentlich auf dem richtigen Weg ich sollte nach da oben gehen vielleicht kann ich da komme ich da rauf aha was ist da boah Leute die Musik die Sounds hier sind wirklich grandios gemacht was ist das da Eis das schaut so so schön aus Leute da drüben ist auch noch Elexitader oder was ist das wo bin ich da äh äh was ist das äh bin ich da gerade an was vorbeigelaufen was wichtig ist vielleicht ok was ist das hier ah es ist eisig ok da kann ich nicht hin ok da kann ich nicht hin ja also da kann ich jetzt nicht hin ok ja hast du es verstanden ja zonke wonke ok ha 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 äh schauen wir mal der hintere wahrscheinlich ist es da aber genauso hallo ein Alpssoldat Leute ein Alpssoldat Hilfe da sind die Alpssoldaten aua Gott ok die schießen mit Feuer äh nö nö danke tschüss ich mache Gottes deswegen ok da halte ich mich am besten fern das wird glaube ich am besten sein für mich gesünder für mich vor allem so das heißt ich gehe da wieder runter ich halte mich von da fern ja diese Ader habe ich abgebaut ja gehe ich halt so Elixitader ist fertig ja ja muss ich halt so weiter gehen die Alps nö nö die sind stark so meine lieben Leute von heute weiter geht's eine beschwerliche Reise ich muss da aufladen lassen da ist wieder eine Elixitader Leute die hole ich mir natürlich aber schnell speichern wenn ich da runtergebe bin ich tot ich habe keine Ahnung bei dem Spiel alles möglich abbauen jawohl wieder Elixit wieder 20 Stück ja also pro Ader bekommt man 20 Stück Elixit super da drüben ist eine Ratte die mache ich aber jetzt wenn es nicht mehrere sind also unglaublich weiter Weg so komm ich lock dich an ein bisschen diese Ratten sind eigentlich recht einfach diese Pestratten weg mit dir so fertig aber ich habe trotzdem einiges abbekommen Leute ich werde mir auf jeden Fall leider Gottes noch einen Heiltrank nehmen müssen Leute speichern so da was haben wir da drin Ah Elixit und einen Heiltrank den bekomme ich wieder rein Leute kleiner Heiltrank na bitte habe ich wieder elf Stück somit kann ich den auch wieder machen den nächsten da ist noch Elixit Leute schaut mal ja ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten Leute wirklich und ich hoffe ihr genießt zumindest dieses ja ich muss es leider sagen doofe Jahr 2021 diese letzte Woche hier die jetzt ist ja ich genieße sie auf jeden Fall nicht nö ja ich genieße sofern es möglich ist auf jeden Fall noch die letzte Woche in diesem alten Jahr jetzt das ist fix was haben wir da da ist auch ein Viecher hab ich das mit erwischt hey Felsassl da haben wir wieder Elixit habe ich da was verpasst oder irgendwas nö ich habe schon ewig nichts gefunden also nichts gefunden meine ich jetzt mit Teleporter Punkt oder so was ist das für ein Kraut Seelenkraut mit dem kann ich mich sicher später irgendwann nochmal heilen Knochen zu verkaufen Leute warum nicht die machen mir eh nichts Servus da haben wir wieder ein Knochen keine Ahnung wie viel ein Knochen einbringt keine Ahnung oder ob man die zum Craften braucht keine Ahnung ich weiß es nicht da haben wir wieder so ein Seelenkraut Wolfskraut das ist ein Wolfskraut was ist das hier unten Schwefelbrocken na bitte was ist das für ein Kraut hier Mutantenkraut ah so ich komme dem Ziel immer näher und ich hoffe dass ich hoffe dass wir da irgendwo einen Teleporter Punkt haben zum Beispiel hier drüben mal was ist das da drüben komm ich super rüber toll passt so was ist das verschlossen ein Tresor ist da aber den kann ich nicht aufkriegen ich bin nicht gut genug ja hacken kann ich es nicht er ist nicht gut genug ok ja war ja klar wenn es da irgendwo es wäre schön wenn es da irgendwo einen Teleporter Punkt geben würde dann kann ich da noch zurückreisen und das dann später knacken da lote ich da mal aus so ist das starker Schnaps aber was nur Schnaps oder was ok dann machen wir weiter ja da ist jetzt nirgends irgendwas waaah waaah weg hier Leute so fertig wo war ich da jetzt gibt es da bitte nicht irgendwo einen Teleporter Punkt Leute so wie schaut es aus ich muss da rüber Leute ja da bin ich ja eigentlich auf dem richtigen Weg ja bin ich ich werde aber trotzdem schnell speichern ich komme nicht mehr weg da ist auch nirgends ein Teleporter Punkt da muss da man muss ja erst einmal bei so einem Punkt vorbeikommen nirgendwo das ist ja auch nicht so wirklich einfach da drüben ist ein Viech den möchte ich mich stellen das ist nämlich eine Ratte die sind einfach oder nicht ich meine es ist nicht einfach aber soll ich mich jetzt stellen ahhh Leute da strahlt es ordentlich da ist extrem verstrahlt was ist denn da unten der Krater da ist verstrahlt ah da haben wir wieder was hä war ich da nicht schon war ich da nicht schon mal äh ich komme aber nicht wirklich weiter Leute bin ich gerade im bin ich im Kreis gelaufen Leute ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen Leute das ja ich bin wieder da wo ich schon mal war ähm Leute das ärgert mich jetzt aber wo muss ich dann hin Leute das gibt es ja nicht so hier Leute ich werde aus dieser Map einfach nicht schlau ja da ist wieder so ein komisches Viech ich lauf doch schneller wenn ich schon 10 mal klicke du ja jetzt bin ich wieder da Leute ich renne im Kreis das ist das ist das was mich jetzt schon ein bisschen stört ich brauche aber einen Täler also brauche ich möchte unbedingt einen Teleporter Point haben äh Teleporter Punkt haben wahrscheinlich kriege ich den da drüben irgendwo das ist nämlich auch so ein komisches Ding da vorne da ist eine Wolfsratte ich Rohrzange ich speichere trotzdem noch einmal schnell ist da unten irgendwo ein Teleporter Punkt so meine Lieben aber die Folge ist vorbei würde ich mal sagen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder meine Lieben sage Dankeschön fürs Zuschauen Game Over End Out Euer Zonk Ciao